In den letzten Jahren hatte ich immer wieder das Problem, dass ich die Sachen nicht geschafft habe, die ich mir am Anfang der Woche vorgenommen habe. Und das war ein extrem enttäuschendes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht so schnell vorankomme, wie ich eigentlich könnte. Aber in den letzten Wochen habe ich ein paar Sachen umgestellt, die wirklich alles verändert haben und ich plötzlich donnerstags da sitze und überlege, krass, ich habe nicht nur alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, sondern noch zusätzliche Sachen, was mache ich eigentlich am Freitag? Und daraus habe ich so die 5 goldenen Regeln für maximale Produktivität für mich entwickelt. Das bedeutet, wenn du dich schwer tust, das zu erreichen, was du dir jede Woche vornimmst, dann sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an. Als erstes ein ganz großes Dankeschön an alle, die diesen Kanal bereits abonniert haben. Wir sind auf dem Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten, was mich extrem freut. Wenn du den Kanal also noch nicht abonniert hast und keine der neuen Folgen verpassen willst, dann jetzt unten kurz auf Abonnieren klicken, würde mich extrem freuen, wenn du diesen Kanal unterstützt mit einem Abo, komplett kostenfrei. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Die erste Regel ist die absolut wichtigste und zwar Klarheit über den aktuellen Engpassgewinn. Du kannst 1000 Aufgaben in einer Woche machen. Wenn die dir nicht dabei helfen, deinen Engpass zu lösen, kannst du monatelang arbeiten, aber du hast das Gefühl, es tut sich gar nichts. Und der erste Schritt ist immer überhaupt zu verstehen, wo klemmt es gerade. Und in einer der letzten Folgen habe ich dir fünf Dimensionen vorgestellt, wo dein Engpass liegen kann. Wenn du dir die Folge noch nicht angeschaut hast, dann unbedingt tun. Aber das kann man wirklich Woche für Woche und das genau das, was ich am Anfang der Woche tue, wirklich durchzugehen. Klemmt mein Product-Market-Fit? Habe ich nicht genug Vertrauen durch Content aufgebaut? Habe ich nicht genug Termine und Anfragen diese Woche? Kriege ich die Leute nicht abgeschlossen? Oder kriegen wir nicht genug Case-Studies in der Zusammenarbeit hin? Und das ist wirklich immer der erste Schritt, sich klar zu werden, wo klemmt die Kiste eigentlich gerade? Was ist der Engpass, den man lösen muss? Weil, wie gesagt, du kannst 1000 Sachen machen, aber wenn die nicht zum Engpass beitragen, bringt dir das leider gar nichts. Insofern, Regel Nummer 1, Klarheit über deinen aktuellen Engpassgewinn. Das Verrückte ist, sobald man Klarheit über den aktuellen Engpass hat, kriegt man häufig tausende Ideen, wie man diesen Engpass so schnell wie möglich lösen kann. Und was ich gemacht habe, ist eine simple To-Do-Liste für mich und zwar mit einem Strich in der Mitte. Auf die rechte Seite packe ich alle Sachen, die ich so machen muss für mein Team, für Kunden, Tagesaufgaben, aber die nicht am Ende den Engpass lösen, aber einfach gemacht werden müssen. Und links, und sei es auch noch so klein, schreibe ich die Sachen hin, die wirklich an meinem Engpass arbeiten und ihn bestensfalls so schnell wie möglich lösen. Und jetzt besteht eigentlich nur der Job da drin, wirklich in seinen Kalender zu schauen und Lücken zu finden, wo man die Sachen, die wirklich einen Unterschied machen und die den Engpass lösen, wirklich daran arbeiten kann. Und das bedeutet, in der nächsten Woche wirst du wahrscheinlich noch keine Blocker dafür groß finden. Es kann auch nur eine Stunde sein und nimm die Stunde, trag es dir in den Kalender ein. In der Woche da drauf findest du vielleicht schon, Freitag blockiere ich mir mal komplett dafür, um an meinem Unternehmen zu arbeiten. Und in der Woche da drauf kriegst du vielleicht sogar den Donnerstag und den Freitag hin. Aber du wirst merken, sobald du das wirklich Zeiten geblockt hast, um an deinem Engpass zu arbeiten, diese Tagen werden mit Abstand die befriedigsten Tage sein, die du unternehmerisch hast. Weil die ganzen Sachen, wo du Routinesachen machst, wo du Tagesaufgaben machst, vielleicht auch was mit Kunden machst, haust du tausend Sachen durch und am Ende des Tages denkst du dir so, was habe ich heute eigentlich geschafft. Aber bei den Tagen, wo du wirklich die Sachen schaffst, die du vorgenommen hast und die direkt sozusagen auf deinen Engpass einzahlen, du wirst dich wundern, wie sich diese Tage anfühlen und bestenfalls machst du es wirklich am Ende zu Standardtagen, die du dir geblockt hast oder Vormittage, um an deinem aktuellen Engpass jeweils zu arbeiten. Die dritte goldene Regel, die mir wirklich extrem geholfen hat und die habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, ist wirklich aktives Kalendermanagement, habe ich es mal getauft. Und zwar habe ich es immer wieder beobachtet, auch bei mir, wenn ich Termine zum Beispiel Vormittag hatte oder Nachmittags hatte, habe ich so gefühlt gar nichts für meine eigenen Projekte geschafft und schon gar nicht geschafft, irgendwie an meinem Engpass zu arbeiten. Und das bedeutet, dass ich wirklich mit einem gewissen Vorlauf von zwei Wochen zum Beispiel die Regel eingeführt habe, keine Meetings vor 13 Uhr und das war so ein krasser Gamechanger, weil wirklich die meisten Kunden sind auch nicht böse, wenn man das mit genug Vorlauf macht und wirklich sagt, hey, Termine Nachmittags, lass uns da machen. Und wenn du nur es schaffst, wirklich jeden Vormittag an deinen Themen zu arbeiten, du wirst dich wundern, was passiert. Bei mir hat es schon einen Riesenunterschied gemacht und wenn man dann sozusagen noch einen Schritt weiter gehen will, kann man zum Beispiel sagen, dass man montags keine Kundentermine macht und auch freitags zum Beispiel keine Kundentermine macht und du wirst merken, was du an diesen Tagen wirklich schaffst. Es wird alles verändern. Aber man muss wirklich immer wieder auch drauf schauen, es schleicht sich auch immer wieder was ein. Der eine oder andere wird vielleicht auch sagen, hey Robert, das geht bei meinen Kunden nicht. Tatsächlich gehört viel Stück weit auch Mut dazu, sich zu überwinden und zu sagen, hey, lass uns das Ganze so machen. Anderer Trick ist wirklich Calendly oder dein Calendertool einfach so einzustellen, dass die Leute zum Beispiel nur nachmittags einen Slot buchen können. Das ist nochmal die einfachste Möglichkeit, die man wirklich machen kann, dass man wirklich sagt, Vormittag gibt es einfach keine Termine und dann nehmen die Leute einfach das, was verfügbar ist. Aber aktives Kalendermanagement bei manchen Kunden, was ich da beobachtet habe, was da passiert ist, nachdem sie das wirklich in die Hand genommen haben und gesagt haben, zum Beispiel wirklich bis 13 Uhr keine Termine. Krass, was da passiert ist. Also das unbedingt umsetzen. Dritte goldene Regel. Die vierte goldene Regel ist wirklich schlauer als Ablenkung zu sein. So habe ich es mal getauft und zwar wirst du natürlich, wenn du dich dann ransetzt, auch zum Beispiel vormittags, kriegst du eine E-Mail, kriegst du eine Slack-Nachricht, kriegst du eine WhatsApp-Nachricht. Und das ist immer der Moment, wo man dann reinhüpft und plötzlich irgendwie wieder eine halbe Stunde verschwunden ist. Und ich kann dir wirklich nur mitgeben und das ist auch etwas, was sich zumindest für vormittags bewährt hat, wirklich E-Mail-Postfach aus, Slack aus und Handy bestenfalls in den Nachbarraum legen. Und was ich zusätzlich noch mache, ist die Pomodoro-Methode zu nutzen, wirklich zu sagen, 45 Minuten läuft eine Uhr sozusagen runter auf meinem Desktop-PC, hau mir irgendwie Regen auf die Ohren und fertig. Und was ich häufig in diesen 45 Minuten schaffe und wenn ich das zweimal vormittags schaffe, bin ich schon richtig gut, schaffe ich häufig oder schaffen andere in ganzen Wochen nicht. Aber wirklich schnauer als Ablenkung zu sein, ist wirklich so die vierte goldene Regel, wirklich sich davon abzuschirmen und auch das zu lernen, auszuhalten, dass einen niemand per E-Mail, per WhatsApp-Nachricht oder Slack-Nachricht erreichen kann. Und du wirst merken, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und danach reinguckst, dass sich kein Mensch vermisst hat, die Welt immer noch steht und du wirklich super viel geschafft hast. Die letzte goldene Regel habe ich tatsächlich die längste Zeit unterschätzt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass sie einen gigantischen Unterschied macht. Und zwar hatte ich Projektleiter in der Unternehmensberatung, der mal schön gesagt hat, hey Robert, dein Gehirn funktioniert wie ein Muskel, wenn du es lange anspannst, musst du es auch entspannen. Und damals habe ich immer geschmunzelt, stundenlang gearbeitet, keine Pausen gemacht und das ist immer nach hinten losgegangen. Und auch als Gründer und auch als Unternehmer ist mir lange Zeit passiert, dass ich wirklich teilweise sechs bis acht Stunden vorm Rechner hing, keine einzige Pause gemacht habe und dann abends völlig ausgebrannt war. Man konnte sich wirklich kaum noch mit mir unterhalten. Ich war wie so eine leere Hülle, die irgendwie völlig neben der Spur stand. Und ich hatte das auch Gefühl, dass wirklich die Ergebnisse nachmittags völlig für die Tonne waren. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen und habe mich an dieses Zitat erinnert und habe angefangen, wirklich aktiv Pausen zu nehmen. Und es war schwer für mich. Es ist nicht so, dass man sagt, oh Mann, Pause, let's go. Lass nur noch Pause machen. Und dabei hat mir tatsächlich auch diese Pomodoro-Methode geholfen, dass ich wirklich immer gesagt habe, 45 Minuten super intensiv arbeiten ohne Ablenkung und dann aber auch 15 Minuten vom Rechner weggehen, durchatmen, vielleicht einen Kaffee holen, vor die Tür gehen und fertig. Das Verrückte ist, dass man wirklich anfängt mit teilweise drei von diesen 45 Minuten Slots am Anfang und dann häufig schon ganz schön platt ist mit seinem Hirn. Das war zumindest bei mir so, dass man dann aber irgendwann hinkommt, wirklich acht dieser Slots zu machen und die wirklich auch durchzieht. Aber eins der Erfolgskriterien dafür ist, wirklich diese Pausen zu nehmen. Und ich sehe das immer wieder bei befreundeten Leuten, die völlig fertig sind nachmittags und sagen, ey Robert, wie machst du dieses Volumen, wie kriegst du so viel hin und wie kriegst du nachmittags auch noch so viel rausgeschossen? Und ich meine, Pausen. Aber die meisten können es nicht, kommen nicht vor den Rechner weg, lass dir irgendwas einfallen, was du cooles in diesen 15 Minuten machen kannst. Ich habe sogar Leute gesehen, die dann irgendwie ein Videospiel spielen oder so. Also irgendwas, was einfach Freude bereitet und sich dann wieder an den Rechner zu setzen, das macht all den Unterschied. Das Verrückte ist, dass ich vor ein paar Wochen nochmal in meinen Kalender geguckt habe und auch in die Zeit zurückgeguckt habe, als ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe. Und da gab es Tage, wo ich in Salzburg war, dann in Leipzig war, dann in Frankfurt war und dann wieder in Hamburg war, geflogen bin, Meetings hatte und ich mich gefragt habe, wie habe ich da jemals irgendwie gearbeitet? Dann gab es die große Phase, wo ich im Büro in Hamburg war, als ich mein Team auch da sitzen hatte, als ich Freunde da sitzen hatte. Und auch da dachte ich mir, wie hatte ich da, wie wenig Output muss ich da gehabt haben, weil ich einfach immer wieder abgelenkt wurde und wirklich niemals dieses Level an Output hinbekommen habe, was ich heute schaffe. Und ich habe das Gefühl, das war wirklich so die dritte Transformationsphase, dass ich diese fünf goldenen Regeln, die ich dir heute mitgegeben habe, umgesetzt habe und wirklich perfektioniert habe und es heute schaffe, dass das, was ich mir vorgenommen habe, am Anfang der Woche wirklich erfolgreich umsetze. Und witzigerweise selbst die Gründer und auch Unternehmer, die ein Büro haben und auch große Befürworter sind von Büros und ich glaube, es hat auch eine große Abzeiten, ein Büro zu haben, selbst die bauen Deep Work Phasen ein vor dem Büro oder nach dem Büro. Und das zeigt einfach, dass wirklich konzentriert in einem Raum zu sitzen, ohne Ablenkung der Schlüssel sind und umso mehr du das schaffst, desto mehr Freizeit wirst du auch haben, weil ich glaube, dass das, was ich heute schaffe, wahrscheinlich das fünf- bis zehnfache ist, was ich im Büro geschafft habe und deshalb auch keine 60- oder 80-Stunden-Woche kloppen muss und trotzdem den Output schaffe, den ich Woche für Woche hinbekommen will. Und insofern wünsche ich ganz viel Spaß mit diesen fünf goldenen Regeln. Lass mich gerne wissen, wenn du einen coolen Tipp zum Thema Produktivität in den letzten Jahren für dich gefunden hast. Schreib es gerne in die Kommentare, würde mich freuen, von dir zu lesen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.